Sag mal, Schatz, die Flasche mit dem Blumendünger ist die bei... Du kannst dir wahrscheinlich denken, wo ich da bin. Nee. Vorgestern hat jemand versucht, vorne an der Ecke ein Haus abzufackeln. Okay. Was hast du mitbekommen? Gar nichts. Warum? Jetzt stell dich nicht so blöd an. Pack aus, du bist verpflichtet. Verpflichtet? Ich dachte, ihr seid verpflichtet. Ich hab euch dreimal angerufen wegen denen. Bei euch waren ja die Hände gebunden. Jetzt sind vielleicht mal mir die Hände gebunden. Du musst sagen, was du weißt. Vielleicht weiß ich ja gar nichts. So geht das nicht. Wo ist dein Bruder? Was hat denn jetzt mein Bruder damit zu tun? Wo ist er? Keine Ahnung. Wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie dein Bruder ein Haus in Brand gesteckt hat. Da ist kein Kavalierszellikt. Wir haben einen Zeugen, verstehst du? Einen Zeugen? Einen Nazi-Zeugen oder was? Ey, dem würde ich unbedingt glauben. Die haben bestimmt voll die gute Menschenkenntnis. Wo ist dein Bruder? Letzte Woche war vorne an der Hauswand ein Hakenkreuz. Ein Hakenkreuz. Findest du das okay? Willst du so leben? Mann, das sind Faschisten und ihr macht gar nichts. Ihr schaut zu. Und dein Bruder, der große Held, der macht was oder wie? Ich hab keine Ahnung, was mein Bruder damit zu tun haben soll. Wer auch immer das gemacht hat, den bewundere ich. Mehr hab ich dazu nicht zu sagen. Ich find, du machst einen großen Fehler. Dann werden wir sehen. Ich fass es nicht. Ich komm nach Hause, die Klospülung geht nicht und du hockst hier seelenruhig und machst nichts. Die Spülung ist schon seit Wochen kaputt. Warum weiß ich denn davon nicht? Ja, weil es dir scheißegal ist, in welchem Zustand die Wohnung ist. Ist mir nicht scheißegal. Hab neulich erst geputzt. Ja, geputzt. Ja, geputzt. Mann, Martin kommt gleich. So, ja. Wenn dein Martin kommt, ist dir die Wohnung natürlich plötzlich wichtig. Weißt du was, du hast die Spülung kaputt gemacht, ist jetzt dein Problem. Äh, Moment mal, das ist dein Freund, der kommt. Wir haben im Bad diesen Eimer. Wir spülen jetzt einfach bis morgen mit dem Eimer. Mit dem Eimer? Ja, mit dem Eimer. Mit dem Eimer, klar. Klar, super Idee, warum nicht einfach mit dem Eimer? Ich bin euch noch eine Antwort schuldig. Ich gehe nach L.A. Du? Ist mein Traum. Es war immer mein Traum. Ich habe mich entschieden, Hannah mitzunehmen. Ich brauche dich da. Du hast einfach den richtigen Riecher. Intuition. Und was ist mit der Firma? Die Firma hat Schulden. Moment, stopp. Was? Nicht erst seit gestern. Wir haben Probleme mit dem Finanzamt. Ich habe denen heute alle Karten offengelegt. Die Firma gehört mir nicht mehr. Moment mal. Was wird denn aus uns? Wenn ihr weiter so arbeitet, habt ihr keine Probleme. Ich mache mir keine Sorgen um euch. Ihr schafft es auf jeden Fall. Danke. Ich wünsche euch viel Glück. Normalerweise ist das auch nicht meine Art. Aber, naja. Und jetzt ist doch eigentlich alles ganz gut. Aber wenn du jetzt keinen Bock mehr hast und es dir nochmal anders überlegen willst, ist es natürlich okay. Dann kannst du es dir ja nochmal überlegen und dann schreibst du mir einfach eine Nachricht. Weil sonst wäre das jetzt ja irgendwie unangenehm. Ja, das war's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020